Sarafina Wollny hat ein für alle Mal genug. Derzeit hat sie richtigen Ehezoff mit ihrem Göttergatten Peter. Der Grund? Peter scheint davon auszugehen, dass Sarafina seine Chauffeurin ist. Er hat nämlich keinen Führerschein. Als er sich in der neuesten Folge von Die Wollnys eine schrecklich große Familie von ihr zum See kutschieren lassen will, hat die 25-Jährige genug. Ich bin jedes Mal am Hin- und Herfahren und werde von meiner Arbeit hier weggerissen, beschwert sie sich. Daraufhin tritt Sarafina in den Fahrstreik. Mama Silvia steht voll und ganz hinter ihrer Tochter. Peter soll mal langsam den Führerschein machen, ist ihre Meinung. Sogar finanziell würde sie ihn unterstützen, sagt die Elffach-Mama. Peter gesteht darauf hin, dass er große Probleme mit der Fahrprüfung hat. Er ist bereits zweimal durchgefallen. Die Wollny-Mädels können ihn schließlich aber doch überreden, wieder in die Fahrschule zu gehen. Wie das ausgeht, sehen wir in der nächsten Folge der Wollnys. 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 Wollnys.